Ach, jetzt muss ich wieder hier durchgehend mit denen reden! Du kannst nicht gerne... äh... Das ist nur der NPC, der wegen Geld... äh, wegen Schlafen... Oh je, mein Gott! Lalalalala... Na gut, wir labern wieder mit der Tusse, von der wir die Uhr bekommen haben. Vielleicht stillst die mehr etwas. Weiter! Oder der? Ich glaube, das sieht aus aus wie so einen roten Bart hat, aber naja. In der Flossenbücherei steht verbotene Informationen. Falls es eine Flossenbücherei gibt, sind dort die verbotenen Schriften zu finden. Irgendwie reden wir alle um den heißen Brei. Blablabla, 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 was haben wir schon gehabt? Hier draußen vielleicht jetzt? Jo! Ja, Runenfestival! Der Typ in der Kirche hier? Nö, das ist auch noch irgendwie dafür da. Ich glaube, das lebt dann wieder, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich binde jetzt irgendeine Magie. Binden wir was? Ähm... Weißmagie. Magiewert, Angriff vermeiden, Zornige machen. Irgendwie... Verteidigung erhöhen hier, das ist ganz gut. Durch diesen Fluch erlernen vielleicht... Foul ist man, dass man den einen auch nicht ausschaut. Binden wir den Zauber an deinem Wappenbild. Moin! Den Zauber bitte umbinden. Shield. Nö, das passt so. Shield abgeschlossen. Sonst noch was. Nö, ich hab keine Wappenbilder mehr. Njoo. Ich glaube, wenn man den das nicht mehr braucht, sagen wir, oh, lösen und dann kriegt man Shit wieder. Äh... Ich weiß zwar nichts von einem Loch, ich weiß, was zwei Start- und den Hof-Ein für einen Schalter besitzen. Ich möchte diesen Schalter unbedingt ausprobieren. Ja, wir haben's jetzt so oft gehört, kann ich da jetzt endlich mal drangehen? Blablablablablablablablablablablablablablablablablabl... Irgendwas in die Stadt noch richtig unartig. Ich krieg langsam einen trockenen Hals hier. Das ist ein Gelaber. Das ist dein Schalter. Soll ich ihn drücken? Warum konnte ich das eben nicht machen? Ja, Schalter. Soll ich ihn drücken? Endlich! Ich kann schieben. So. Oh, Fortschritt! Fortschritt ist schön. Bomben! Und... Noch ein Stück weiter. Ach, wieder zurück! So. So. Wo ist die Tür? Juh! Achso, muss ich wieder betätigen? Ich glaube, ich muss die Schalter wieder betätigen, damit sie sagt... Jo, jetzt steht der wieder da, damit ich... Ach, ich will zumal. Jetzt stehen sie wieder da, damit... Klatsch. So. Ach. Die Schiebemechanik ist etwas eigenartig hier. Trock. Oh, hi. Äh, ich glaube, jetzt muss ich dieses tun. Ha! Gott, und das haben wir nur Wissen ohne irgendwas. Ihr seht, wie lange es gedauert hält. Niu-Niu. So. Trigger! Ich bin die ewige Dunkelheit. Ja, da würde ich toll drauf eingehen. Au, ist das geknackt. Komm zu mir, Unschuldige! Bring mir dein inneres Licht! Machen wir doch. Sieht wie mein Krähenkristall aus. Also, machen wir das. Muss ich direkt davor stehen? Ja, ich muss direkt davor stehen. Oh Gott! Manche Sachen, da sind so, da frage ich mich... Muss das sein? Ja, ich muss mich wieder direkt davor stehen und kann wieder zurück. Das sieht aus wie ein Tränenkristall. Nein, eine geheimnisverschlossene Tür. Ein blauer Kristall, der dem Tränenkristall leicht lässt. Der ist der Türeignal. Ja, sonst ist dieser Kristall ja nutzlos. Nein. Boom. Da war der Schalter. Clock. Hier gibt's Gegner. Das wurde uns ja schon gesagt. Das wurde uns ja schon gesagt. Und denselben Hintergrund wie in den Ruinen. Bücher. Blaubuch. Ähm. Heelschild, Flame. Ja, ich hab noch einen Zauber jetzt. Mystik. Das bringt versteckte Kraft eines Objektes weg. Ich glaub, dass der Boss mal irgendwie die Items benutzen oder so. Ich hau erst mal so drauf. Tja. Freeze! Das ist irgendwie unschön. Slow down. Ja, zauber mich halt. Ja, wir werden verlangsamt. Das ist... Doom. Ich kann irgendwie nix drücken. Warum kann ich nix drücken? Ich nehme das Menü raus. Hallo? Hallo? Ich kann nix drücken. Das finde ich irgendwie doof. Moin. Trick aus, Kino. Moin. Hallo? Ich kann nix drücken. Ich weiß nicht warum. Ähm. Hm. Hm, was mach ich jetzt? Ich würd sagen, da muss ich mal kurz gucken. Ich werd zusehen, dass ich wieder in die Bücherei laufe. Bleh. Also, bis gleich. Okay, hat sich erledigt. Es ging wieder, nachdem ich die Aufnahme abgebrochen hab. Ich weiß noch nicht ganz genau warum. So. Wir haben Mystic, aber ich müsste irgendwas verbrauchen für. Und ich möchte ungern meine Heilbeeren dafür benutzen. Machen wir mal Flame. Ich muss noch weiter machen. Nö, noch einen. Oder? Nö, noch einen. So. Na, Buch in die Fresse. Boop, 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 boop! Das musst du doch gut tun mit den Büchern, oder? Das sieht schon so heftig aus. Oh, ja, 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 ja. Ach, die mit ihren blöden Eiskristallen immer. Hier, Fressfeuer. So. 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 So, ich muss ich nochmal aufräumen. Medizin. Medizin. Medizin ist... Krankheit hallen, ok. Was eigentlich relativ logisch ist. Und eine Zaubermöhre. Das hält bestimmt die MP, oder? 50 MP wiederherstellen. Oh, das ist noch schöner. Diese schwere Tür ist zu Dankeschön So vielleicht Nee Ähm Mit der Uhr Klocken, klock, 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 klock Nee, dann muss man das so machen Boah Gut Seht ihr, dafür ist die Uhr zum Beispiel gut Solche Deppen wie mich, die dann die ganzen Kisten daneben feuern Boom 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 Eine Heilbiere und eine Heilbiere Und ich mach mal kurz ein Quick Save, weil ich weiß, was jetzt kommt So Na, jetzt muss ich die Uhr zurückdrehen Ach Klack Und Bam So Hier haben wir die Bücherei Die drei Bücher wirken als Tür Sie werden Drei Bücher? Sie werden die Bücher der Türen genannt Die Flamme ist der Schlüssel, öffne die Tür und leuchte den Pfad aus Ich hab doch keine Flamme, oder? Hab ich eine Flamme? Gibt's einen Speicherpunkt? Das wär cool Aber hier kommen Gegner Das ist uncool Boah Ach, du Kacke Ach, du Kacke Ich hätte doch irgendwas lernen sollen, was gegen alle geht Das wär echt gut gewesen Die sehen irgendwie Salomaro-mäßig aus, oder? So Und So Spass Maske Verbrenne, du Sack Lach nicht so hässlich Hundert Holla Boah 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 Boah